Jo Leute was geht? Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Oh mein Gott. Ich kack völlig ab. Ich habe euch im letzten Video erzählt, mir fehlt nicht mehr viel. Und ich habe gesucht, wie ein Depp habe ich gesucht nach diesen letzten Sachen. Ja, das wird der Ultratipp für alle von euch da draußen. Es gibt in jedem Raum von den Tierwesen, weiß ich wie die genaue Bezeichnung ist, in jedem Raum gibt es drei Truhen zu finden. Oh mein Gott, das wird einem auch nicht gesagt. Wieso bin ich denn da aufkommen? Ich kack ab. Also guckt euch in euren Räumen um. In jedem Raum gibt es drei Truhen. Das heißt jeder der so wie ich auf der Weltkarte nach diesen Schallschmetterlingen sucht. Und die letzten verbliebenen Items sucht. Vielleicht müsst ihr euch mal ein bisschen in euren Tierwesengehegen umschauen. Weil in jedem Gehege gibt es drei Truhen. Ich werde jetzt alle drei Truhen mal suchen und dann sehen wir uns zurück, wenn ich die Platin habe. Weil wenn ich die drei in jedem Raum habe, dann habe ich die Platin. Weil das ist das Letzte, was mir fehlt. Die Sammlung. Und wenn ich das habe, dann habe ich alle Trophäen. Oh ja, das freut mich. Aber jetzt bin ich gerade verwirrt. Das war jetzt einer. Aber es soll drei in jedem Raum geben. Naja, ich gucke mal und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. Also drei fehlen mir noch. Nur ein Raum. Dann müsste ich theoretisch alles haben. Das sind nur drei Sachen hier. Die drei Sachen im letzten Raum. Alles andere ist auf 100. Die Sache ist nur die, die Trophäe ist glaube ich verpackt. Weil hier steht noch was von 19%. Und da tut sich auch nichts. 116 von 603. Ich hoffe, dass die einfach auf Maximum springt, wenn ich alles habe. Weil wenn ich alles habe, dann habe ich alles. Ich glaube jetzt den letzten Raum. Da habe ich die letzten drei Truhen. Der Raum hier. Und hier die letzten drei Truhen. Und dann habe ich alles tatsächlich. Das ist echt crazy. Während des Let's Plays habe ich so oft gedacht. Oh mein Gott, du schaffst es hier niemals. 100%. Das ist zu viel. Und wie sollst du das alles finden? Jetzt habe ich tatsächlich alles gefunden. Eine Truhe. Zwei Stück noch. Zwei Stück noch. Meistens irgendwie so außen entlang hier. Ist hier. Hier ist ein bisschen gemeiner in der Welt. Weil hier ist alles so dunkel ist. Hier geht es aber nicht lang. Ja, geht es lang. Reveglio. Kann ich Reveglio machen? Aha. Man kann Reveglio machen. Irgendwo muss ich hier hoch können. Oder da rüberspringen. Da oben ist die Kiste. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ich würde fast sagen rüberspringen. Komme ich hier irgendwo hoch? Ja. Hier hoch. Rüberspringen. Reveglio. Da ist die Kiste. Springen. Sehr schön. Eine Kiste noch. Eine einzige Kiste noch. Bin ein bisschen aufgeregt. Also das Game of Platinum zu machen, das lohnt sich halt richtig. Weil es so viel Spaß macht. Ah, hier war der Weg. Ich gehe da nochmal den Weg her lang. Vielleicht ist da oben die nächste. Vielleicht ist da oben die nächste. Nope. Dann bestimmt da vorne irgendwo. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Da ist safe. Die letzte. Die letzte Kiste. Ja, da ist safe. Ich mache kein Reveglio. Ich will das so finden. Da ist sie. Wenn ich die aufmache, müsste Platin kommen. Die Trophäe ist leider verpackt. Das ist echt doof. Das ist echt doof. Obwohl ich jetzt eigentlich alles habe. Gilt es nicht, als ob ich alles hätte. Das ist echt schade. Also eigentlich habe ich jetzt Platin. Kam noch kein Patch heute. Es wurde gesagt, heute Dienstag kommt ein Patch. Kann natürlich auch sein, dass sie damit meinen Dienstag nachts oder den amerikanischen mag oder so. Ich habe alles. Ich habe alles. Und die Trophäe heißt ganz klar. Sammlerausgabe. Schließe alle Sammlungen ab. Und das habe ich. Egal. Es ist trotzdem mega mindblowing, dass in diesen Räumen jeweils drei Kisten sind. Das wusste ich. Da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich wäre heute den ganzen Tag rumgeflogen. Hätte dieses scheiß Schmetterlinge gesucht. Zwölf Stück. Aber es gibt einfach zwölf Kisten in diesen Räumen. Also für alle, die das nicht wussten. Jetzt wisst ihr das. Und jetzt könnt ihr auch Platin machen. Weil das wird auch ganz wenig im Internet erzählt. Habe ich das Gefühl. Also eben habe ich es durch Zufall gesehen. Dass es auch in diesen Räumen Trophäen gibt. Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Never. Habe ich dich gerne gesehen. Würdest du es ja noch sehen. Ja. Schade. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dir gerne ein Like auf dem Video da. Einen Daumen nach oben. Folgt dem Kanal und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020